Wie jedes Jahr finden auch dieses Jahr wieder die Pfingstsporttage in Guntershausen statt. Kommt vorbei, es gibt hier volle Action. Es gibt Fußball, es gibt Handball, es gibt Kanu, es gibt die volle Games mit XXL, Table Soccer, Softball Tennis und Katapult Schießen. Natürlich ist auch das ein oder andere Bierchen mit dabei und auch die Bratwurst schmeckt super lecker hier in Guntershausen.